Der jüngste Kauf eines Ferienhauses von Prinz Harry und Meghan in Portugal sorgt in königlichen Kreisen für Aufsehen und zeugt von einem Wunsch nach Unabhängigkeit, behauptet ein Experte. Der angebliche Kauf eines Ferienhauses im sonnigen Portugal durch Prinz Harry und Meghan Markle wird kein großer Faktor für die Heilung oder Verschlechterung der Beziehungen zwischen dem Duo und der weiteren königlichen Familie sein, behauptet ein PR-Experte. Berichten zufolge haben Harry und Meghan 3,6 Millionen Pfund für ihr portugiesisches Anwesen in einem Resort ausgegeben, das als Hamptons von Portugal bezeichnet wird und nur eine Autostunde südlich von Lissabon an der portugiesischen Westküste zwischen Comporta und Melides liegt. Obwohl dies ein Zeichen zunehmender Unabhängigkeit ist, soll das Paar bereits so viel Distanz zwischen sich und der Firma geschaffen haben, dass es unwahrscheinlich ist, dass sich dadurch etwas ändern wird. PR-Guru Edward Coram James, Geschäftsführer von GoUp, sagte dem Express. Ich denke, es ist unwahrscheinlich, dass es die Beziehungen zu König Charles und Prinz William direkt beeinflussen wird. Harrys und Meghans Verhältnis zum Rest der königlichen Familie ist seit Jahren angespannt. Ein Zuhause in Portugal wird vermutlich weder zur Heilung noch zur Verschlechterung der Situation beitragen. Sie haben bereits so viel Distanz geschaffen, geografisch und emotional, sodass dieser Schritt nur ein weiteres Zeichen ihrer zunehmenden Unabhängigkeit sein könnte. Verdammtes FF